Herzlich willkommen zur Video Tutorial Reihe RPG in the Box. Ich bin Carsten und in diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr eine Karte anlegen könnt. Dazu müssen wir eine neue Ressource auswählen und diesmal vom Typen Map. Für die Karte brauchen wir einen Namen. Da es mein Startbereich ist, nenne ich das jetzt erst mal Startbereich und die Größe meiner Felder war mit 16x16 definiert, also lasse ich das so und gehe auf ok. Damit befinden wir uns erst einmal in einem neuen Editor, nicht mehr der Voxel Editor, sondern der Map Editor. Wir haben neue Schaltflächen. Prinzipiell ist der Aufbau relativ gleich. Wir haben die Map Tools, das sind die Bearbeitungswerkzeuge. Feld hinzufügen, Feld auswählen, Pfade verknüpfen und den Füllmodus und wir haben die Auswahl einzelne Felder zu setzen oder eine Box zu ziehen, ähnlich wie wir das schon aus dem Voxel Editor kennen. Über die Map Properties können wir später Variablen definieren und das Verhalten einstellen. Das machen wir später und wir haben die Auswahl der Navigationspfade mit einem Farb Setup, was ich persönlich geändert habe, da ich eine Rot-Grün-Schwäche habe. Also lasst euch da nicht in die Irre führen, das ist bei euch anders. Könnt ihr aber frei definieren, hier oben über die Settings. Im Map Editor könnt ihr hier die Farben frei wählen. Zur Navigation, hier könnt ihr euch umgucken mit gedrücktem Mausrad. Könnt ihr euch bewegen, könnt allerdings nicht nach oben und unten gehen. Das liegt an der Kameraeinstellung, die hier definiert ist mit der Standardkamera. Ihr könnt das auf die freie Kamera stellen und könnt euch damit im ganzen Raum umschauen. Ihr habt auch isometrische Kamera, Top-Down-Kamera und andere Varianten. Spielt da gerne ein bisschen damit rum. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ihr könnt die Kameraposition auch für später speichern, könnt damit quasi ein Preset machen, was ihr immer wieder einfügt und die anderen Symbole erkläre ich dann später. Denkt auch hier dran, häufig speichern hilft, damit nichts verloren geht und wir können hier dann anfangen unsere Karte zu definieren. Dazu wählen wir jetzt unsere erzeugte Kachel aus, nehmen das Editierwerkzeug und fügen erstmal einfach ein paar Kacheln ein. Hier unten sehen wir die Position, wo wir uns in der Karte befinden. Die Karten haben glaube ich eine Standardgröße von 128x128 Feldern, wobei wir bei 0,0 beginnen wollen. Das können wir gleich mal rauskriegen. Was ist da hinten? Ja, 64 plus, 64 minus in jede Richtung. Das ist die x- und x-Ballon-Variante. Nach links ist x minus, x plus, das ist die erste Angabe. Y wird nach oben niedriger, nach unten größer. Also der y-Pfeil zeigt auf uns zu und die z-Achse geht nach oben. Die z-Achse definiert dann die Layer, auf denen wir unsere Ebenen bauen. Auf Ebene 0 liegen normalerweise die Bodenteile, also die Bodenteils, während auf Ebene 1 dann die Wände erzeugt werden. Wenn wir die auf dieselbe Ebene setzen würden, würden wir das dann löschen. Das zeige ich nachher alles noch im Detail. Momentan wollen wir erstmal eine ganz normale kleine Fläche erzeugen. Das heißt, wir beginnen bei 0,0 und ziehen einfach erstmals fünf Kacheln in jede Richtung und sehen, dass dabei Linien auf dem Bildschirm entstehen. Diese Linien definieren später die Wege, die unser Charakter zurücklegen kann und die bei der Wegberechnung automatisch berücksichtigt werden. Das heißt, wir haben hier den Typ Walk and Interact. Das heißt, ich kann den Charakter hier drüber bewegen und ich kann auf jedem dieser Felder mit Objekten interagieren. Die Alternativen wären Walk only. Das heißt, ich kann nur lang gehen, aber nicht mit Objekten interagieren und Interact only. Das heißt, ich kann nur lang laufen. Quatsch nur interagieren, nicht lang laufen. Das wäre zum Beispiel der Fall einer Tür. So, das ist erstmal das Grundsetup, was wir haben. Ich hatte ja diese Auswahl getroffen, dass wir die Meshs in der Mitte bearbeitet haben. Mal gucken, wie das jetzt im Detail aussieht. Ich kann jetzt hier ein bisschen ran zoomen. Man sieht jetzt auf jeden Fall, wie die Kacheln liegen, wie das Grid aussieht und speichern das erstmal. Damit haben wir eine grundlegende Karte erstellt. Wir werden die noch schöner machen. Es geht erstmal nur um das Grundsetup, damit ihr möglichst schnell vorwärts kommt. Und das war's mit der Karte. Im nächsten Video werden wir das Startscript erstellen und werden das erste Mal unsere Karte spielen können. Wenn euch das gefällt, lasst mir einen Daumen oben da. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen und bis bald. ... Vielen Dank.